ARD Deutschland Trend Extra Gerade erst hat die SPD die Nachfolge an der Parteispitze mit Olaf Scholz und Andrea Nahles geregelt. Doch die schlechten Nachrichten gehen einfach weiter. Die SPD ist in einer Umfrage auf ein Rekordtief abgesagt. Nach den jüngsten Personalquälen kommt die Partei in einem ARD Deutschland Trend Extra nur noch auf 16%. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als Anfang Februar. Die SPD legt damit bei der Sonntagsfrage von Infrittis Dimmat nur noch einen Punkt vor der AfD. Die sich um einen Punkt auf 15 Prozent verbesserte. Die Union erreicht unverändert 33 Prozent. Die FDP verliert einen Punkt und landet bei 9 Prozent. Die Linke bleibt stabil bei 11 Prozent. Die Grünen verbessern sich um zwei Punkte auf 13 Prozent. Die Umfrage wurde vom 13. bis zum 15. Februar erhoben, also nach dem Verzicht von Martin Schulz auf das Amt des Außenministers. Der SPD-Chef war am Dienstag auch vom Parteivorsitz zurückgetreten. Als Nachfolgerin hatten die SPD-Spitzengremien-Fraktionschefin Andrea Nahles nominiert. Bis zur Wahl auf einem Sonderparteitag am 22. April führt der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz die SPD-Körmissarisch. Die Chancen von Nahles werden in der Bevölkerung zwiespältig beurteilt. Dem Deutschland-Trend-Extra zufolge sind nur 33 Prozent der Befragten der Meinung, dass Nahles dazu in der Lage wäre, die SPD wieder zu einen und nach vorne zu bringen, 47 Prozent glauben dies nicht. Die SPD-Anhänger sind bei der Frage etwas optimistischer, 48 Prozent meinen, Nahles könne dies gelingen, 41 Prozent sehen das anders. Der Rückzug von Schulz wird allgemein begrüßt. Laut Umfrage halten es 78 Prozent der Befragten für richtig, dass er vom SPD-Parteivorsitz zurückgetreten ist und auch nicht Außenminister wird. 14 Prozent finden das nicht richtig.